Du magst ein bestimmtes Design, aber du kannst es dir nicht leisten? Du willst nicht mit Fakes betrügen? Du scheinst der Typ für Hommagen zu sein. Hallo und willkommen bei Watchmax des Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute geht es um Hommagen und zwar ganz konkret um eine ganz bestimmte Firma, die Hommagen herstellt. Vor 14 Tagen habe ich die Firma schon ganz allgemein vorgestellt. Es ist eine deutsche Firma, natürlich klar, auf meinem Kanal geht es um deutsche Uhrenmarken. Es geht um die relativ junge Marke Mienne Munich. Mienne Munich baut, und das sagt sie ganz deutlich, Hommage Uhren. Und diese auch in einem Preissegment, die sich die allermeisten leisten können. Das heißt, es wird Wert gelegt auf Qualität, aber auch darauf, dass man sich die Uhren leisten kann. Heute ganz konkret möchte ich euch ein Modell zeigen in zwei unterschiedlichen Ausprägungen. Und zwar geht es um die Mienne Voyager. Einmal mit der silbernen Lünette, einmal mit der schwarzen Lünette und den schwarz umrandeten Totalisatoren. Ich muss, glaube ich, nicht sagen, an welches Design sich die Uhr anlehnt. Es ist selbstverständlich die Rolex Oyster Perpetual Daytona. Ganz klar unverkennbar, aber es gibt genug Unterschiede und die möchte ich euch auch im Detail zeigen. Zum Beispiel ist das Logo ein ganz anderes und damit haben wir das Thema Fake, denke ich, abgehakt. Mienne versucht überhaupt nicht vorzugeben, Rolex zu sein oder eine Rolex Uhr zu machen. Es wird ganz klar gesagt, hier haben wir eine Mienne-Uhr, die starke optische Ähnlichkeiten hat, aber auch in einigen Punkten durchaus sehr eigenständig ist. Die Schrift auf dem Ziffernblatt ist deutlich reduzierter als beim Original. Die Zeigerform ist eine andere. Die Indizes sind von der Grundform her ähnlich, aber im Detail auch anders ausgeprägt. Ein Markenzeichen von Mienne ist der rote Sekundenzeiger, der sich durch alle Uhren zieht, unabhängig davon, ob es sie beim Original gab oder nicht. Mienne hat natürlich andere Funktionen auf den Totalisatoren. Da komme ich aber gleich im Detail noch drauf. Und die Totalisatoren sind auch etwas anders angeordnet. Die beiden Totalisatoren bei 3 und 9 Uhr liegen ziemlich genau auf der Zeigerachse. Beim originalen Vorbild, wenn man ganz genau hinguckt, liegen die Totalisatoren bei 3 und 9 Uhr ein klein wenig oberhalb der Achse 3, 9. Wenn man genau hinguckt, sieht man das. Es ist ein kleiner Unterschied, aber es ist natürlich ein Unterschied. Die Mienne ist eine Quarzuhr. Ansonsten könnte man den Preis wahrscheinlich in der Form nicht darstellen. Und auch das Gehäuse ist nicht eins zu eins. Ansonsten selbstverständlich, das Design weist einige Ähnlichkeiten auf. Das lässt sich überhaupt nicht wegdiskutieren. Und das ist auch so gewollt. Denn Mienne möchte in einer guten Qualität zu einem erschwinglichen Preis Uhren an den Mann bringen, an den Kunden, an den, der es gerne hätte, die alltagstauglich sind, die jeder Situation gewachsen sind, ohne dem Preis des Vorbildes zu folgen. Schauen wir uns einmal die Spezifikationen etwas genauer an. Die Mienne hat einen Durchmesser von 40 Millimeter, eine Bauhöhe von 12,1 Millimeter und wiegt ohne Band 87 Gramm. Der Bandanstoß beträgt 20 Millimeter und verbaut ist ein Miota-Quarzwerk. Wir haben auf der Vorderseite ein entspiegeltes Saphir-Glas, welches an der Kante auch mit einer Phase geschliffen ist. Und sowohl die Krone als auch die Drücker als auch die Gehäuserückseite sind alles verschraubt. Ebenfalls verschraubt beim Stahlband sind die Glieder. Dazu komme ich aber später im Video nochmal. Die Endlinks sind massiv und die Schließe ist einfach, aber sauber gearbeitet und funktional. Die Kautschukbänder haben mich überrascht, weil sie doch vergleichsweise dünn waren. Aber dafür lässt sich das Band stufenlos kürzen, ohne dass etwas abgeschnitten werden muss. Das fand ich wieder sehr charmant, denn auf diese Weise lässt sich auch das Kautschukband ohne Feinverstellung völlig problemlos an Sommer, Winter, warme Tage, nicht so warme Tage oder vor Weihnachten und nach Weihnachten anpassen. Die Stege des Kautschukbandes sind mit Schnellwechselstegen versehen. Auf diese Weise lässt sich auch das Band ohne Werkzeug sehr schnell und einfach wechseln. Das gefällt mir alles wirklich gut. Alle Mienuhren sind bis mindestens 100 Meter wasserdicht. Es gibt auch eine, die ist bis 200 Meter wasserdicht, aber dazu komme ich in einem späteren Video nochmal. Preislich liegt die ihr gezeigte Voyager bei 189 Euro und zwar unabhängig davon, ob es die silberne Variante ist oder die mit schwarzer Lunette und schwarzer Totalisatorenumrandung. Egal ob es ein Stahlband ist oder das Kautschukband, der Preis ist in jedem Fall der gleiche und Mien bietet auf die Uhren nicht zwei, sondern drei Jahre Garantie, also deutlich länger als die gesetzliche Gewährleistung. Ich finde, das ist eine Aussage, die zeigt, dass man dort hinter den Uhren steht und der Qualität und der Alltagstauglichkeit vertraut. Die Uhren werden in China gebaut. Auch daraus macht Mien kein Geheimnis. Allerdings ist die Endkontrolle hier in Deutschland bei einem Uhrmacher, der auch den Service, die Wartung und auch eventuelle Reparaturen später sicherstellt. Ebenfalls werden die Ersatzteile hier in Deutschland eingebaut, umgebaut und auch gelagert, sodass eine Uhr nicht irgendwo hingeschickt werden muss. Es ist also keine reine Vertriebseinheit, sondern tatsächlich eine Marke, die hinter ihren Uhren steht und auch entsprechenden Service liefern möchte. Wie gesagt, das Stahlband ist massiv, das Band ist auch verschraubt und das ist wirklich der einzige Kritikpunkt, den ich anbringen könnte. Ich habe zwei Mien, beide kamen mit Stahlband und bei beiden hatte ich zwei Schrauben, die sich unglaublich schwer drehen ließen. Und ich habe auch Schrauben vermackt, andere gingen butterweich. Also an dem Punkt war ich nicht hundertprozentig glücklich. Ich habe das Band gekürzt bekommen auf meine Länge, das war alles kein Problem. Aber an dem Punkt bin ich dann doch etwas darüber gestolpert. Einige Schrauben gingen butterweich, andere gingen fast gar nicht raus. Gut, dafür kostet die Uhr eben auch unter 200 Euro mit verschraubten Drückern, verschraubter Krone, Saphirglas, massiven Stahlband, massiven Endlings. Irgendwo muss der Preis hier auch herkommen. Insofern ist das nicht wirklich eine Beschwerde, sondern nur eine Anmerkung. Die Krone und die Drücker ließen sich butterweich schrauben. Da war überhaupt kein Knarzen, kein Anlaufproblem, gar nichts. Wirklich super klasse und super einfach zu bedienen, hat mir richtig Spaß gemacht und hat mich wirklich erfreut. Das Kautschukband, das zeige ich euch in naher Zukunft nochmal in meinem Eine-Woche-Video, denn ich habe ja selber zwei Mien nicht nur von Mien zum Filmen geliehen bekommen, sondern ich habe sie mir auch tatsächlich selber gekauft, beziehungsweise eine gekauft und eine von meiner Frau gestern zum Geburtstag geschenkt bekommen. Insofern kann ich auch ein Eine-Woche-Video machen und dann tatsächlich meine Eindrücke schildern, wie sich die Uhr im Alltag über einen, in Anführungsstrichen, längeren Zeitraum schlägt. Die Uhr ist mit Leuchtmasse versehen, allerdings ist diese nicht so lang anhaltend wie bei anderen Uhren. Ich zeige euch hier einmal, wie sie leuchtet, kann aber jetzt schon sagen, dass das Leuchten relativ schnell nachlässt und ich werde in meinem Eine-Woche-Video berichten, ob sie die ganze Nacht durchhält, ob es bei mir ohne Lesebrille funktioniert oder aber ob das dann eventuell auch ein Punkt ist, der mich nicht ganz glücklich gemacht hat. Das kann ich aber jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Ja, das war also mein erstes Video zu Mien, Mien Munich, Mien Hommagen mit zwei Varianten der Voyager. Ich finde die Uhr klasse, sie ist super bequem am Arm, ich finde das Konzept klasse, ich finde den Preis klasse und ich bin auch mit den genannten Abstrichen, mit beiden Bändern unterm Strich glücklich. Lasst mich doch gerne wissen, was ihr dazu denkt, ich bitte nur darum, keine Fake-Diskussionen zu machen, denn das ist es nicht, es ist eine Hommage, ist auch rechtlich abgesichert, die dürften machen, was sie machen, insofern lasst uns das nicht diskutieren, sondern nur über die Uhr sprechen, mir gefällt sie, ich finde den Preis okay, wie seht ihr das? Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und bis dahin, tschüss, euer Axel.